Achtung! Ah, Katastrophe! Garantiert wieder mit irgendwas! Na, ich würde euch den Hubschraubern und... 1,997 Millionen auf dem Konto! In echt? Da würde ich nicht hier sitzen! Ja, durch! Es regnet durch die Platten durch! Ja! Ja, ja, ja! U-S-H! U-S-H! Ne, Moment! Wieso hast du jetzt eigentlich schon den ersten Punkt? Okay, wenn hier eine Flacke eingesammelt hat... Ich wusste, ich hab da was gehört! Oh, die Scheiß-Mucke ist so laut! Ich bin kurz in Pausenmenü, bitte drittet mich! Mist! Friktel oder? Ey, wen? Alter, wie assi ist das denn, wirst du genau auf der anderen Seite gesproben? Du hast... Ich komm hier nicht raus! Eigentlich wollte ich noch rein! Äh, was? Oh! 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 Das ist ja auch nicht deine Aufgabe! Hahahaha! Hahahaha! Weißt du, ich bin mal kurz weg, weil du spielst ja immer weiter und rollst da die Kills Abweiß! Hä? Du ich das Ding durch? Nein, das ist runtergegangen! Bei mir war's oben! das war bei mir oben alter da ist das doch ein genau das muss das mal so leben also wie ich finde diese map total verwirrt es ist ja auch ein urgarten und so ist es ja auch noch die von die hat angst von die kapitänke kennt sich aus aber also damit gibt es noch einen festen punkt gut zwei seiten alter vor allem schießen dreimal auf bei keff auf dem kopf es passiert einfach mal nichts richtig so da steht man im zweifel steht das kopf jedoch da drückt mich dann das war ein haftbomben das blöde ist wenn du die werfen willst hier drin dann ich weiß gar nicht was ab geht danke für die flagge die flacke alter dank für die jetzt den punkt ja auch mal einnehmen können so ja zum beispiel der fänge mit heftig viele punkte alter war ernsthaft der kämpfe dahinter wo doch mit der scheiße war mit der mit der links ich dachte es erwischt dich noch kommt er auch mit raketen da steht der kippt die ganze zeit in der gleichen ecke da hinten weil wir uns auch alle die ganze bewegen deswegen kämpfen wir auch alle kämpfen ja du du kennst nicht mehr ja ich bin gerade gespawnd durch kämpfe die ganze zeit an der merke ja genau der gleiche immer derselben stelle endlich ist der armate ja nein bewegt sich weiter du stehst im dritten mal der gleichen ecke ich bin da gerade gespawnd alter kann sich abstreiten ich schwöre ich komme jetzt gleich wieder hin und dann stehe ich wieder da ich bin immer noch da er ist aber jetzt lasst aber den punkt in ruhe ich bin immer noch so wie das geht Habe ich dich gesehen, Alter. Mann, Mann, Mann. Das schildte ja schon wieder da an derselben Ecke, Alter. Nein. Hä? Wie hast du mich jetzt erwischt? Ich habe dich gesehen. Ich bin ganz dumm in der Ecke rum. Ja, richtig. Miss. Du jagst mich doch. Irgendwas ist doch mit dir falsch. Was haben mit deinen Eltern noch falsch gemacht? Lass mal meine Eltern aus dem Spiel. Lass meine Eltern aus dem Spiel und ich lass meine Mutter aus dem Keller weiß. Ja, sag das zu einem Heimkind nochmal. Ach, alles gut. Ich weiß, ich fände raus, wo du bist. Das war nicht so gemein. Ich weiß, Sven meint, das war nicht so gemein. Ich bin selber am Heim aufgewachsen. Ich weiß, wie das ist. Das ist zu spät. Das ist zu spät. Das ist zu spät. Das ist ein Urteil gesprochen. Ach Mann, warum zielst du nicht? Ich... Das ist das Spielprogramm. Ja, du zieht es ja sowieso nur. Oh. Oh. In Rego, du fängst aus, um an der Tüte und Sack zu gehen. Was? Ich verstehe dich nicht. Wie kann denn dein weiblicher Charakter so ein Sack haben? Kann schon. In Thailand ist das öfters der Fall. Erzhaft? Durch die Scheiß... Durch die Scheißkiste da durch? Nee, der Kopf guckt raus. Ja, ja, ja. Mein Kopf ist schön da, wo er hingehört. In der Hose. In die 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 Hose. Bei Sven, ja. Bei Sven, ja. Bei Blondie. Mann, ich versuche dir das Loch zu holen, Alter. Und ihr... Auf die Reihe. Nein, da stand er. So in der bütliche Markus. Da steht das, Luder. Das ist nicht wahr, meinst du auf den Kopf die ganze Zeit bam bam bam. Interessiert dich mich? Ja, das ist die schlechte. Mist. Ich dachte, er hätte mich nicht gesehen. Ist klar, ich komme um die Ecke, das steht irgendwo. Und so? Du 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 Wenn du du und ich auswesst, würde mich hoch ! Das Problem ist, um Enrico hast du dich gekümmert, das Problem war nur, dass der jedes Mal Butter auftauchte, obwohl ich es nie erwartet habe. Ja doch, egal wo du warst. Sven, du hast dich um Enrico gekümmert, uuuh, weil Enrico war das Problem. Hallo Svenja gehört mir. Markus, du hast schon ein Baby. Wir wollen immer alle auf mich. Wir wollen nicht nur auf dich, wir wollen sogar in dich. Jetzt ist es vorbei, das Niveau sinken. Ja. Schon wieder in searchens. Das. Das. Das.